Das müsste dann doch direkt... Okay, das ist der Kriegsbär. Lass man mal hier in den Striker. Welche Mission ist denn das? Ach, das ist die. Die würde ich ja eigentlich am liebsten erst dann angehen, sobald ich Belagerungswaffen habe. Weil davon habe ich bis jetzt noch keine. Für Belagerungswaffen müsste ich mit den Hauptmissionen weitermachen, weil ich da relativ bald die Athena-Kanone kriege. Ja, so machen wir jetzt erstmal das Mörser-Bike. Willkommen im orbitalen Wiedereintrittssektor. Sie sind doch wohl einverstanden mit unserer Teilmüllensorgung bei Ihnen, oder? Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Neue Bauoptionen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir... Ach nee, das zweite Mal schon, dass wir gegen Sowjets kämpfen, aber das erste Mal gegen Vera. Wäre es hier mehr oder weniger der Chana-Ersatz? Genauso wie ich hielt es, der Ersatz für Warren. Das war ich Warren und Chana lieber mochte als die E2. Bei den Alliierten gab es E2 neue Kommandanten, und bei allen anderen gab es nur noch einen. Der einzige von den Alliierten, der geblieben ist, ist Chaios. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, weil die Mörser-Bikes, die haben diese fiese Eigenschaft, dass sie schon die normale Stützpunkt-Verteidigung outrangen können. Das sind so mini-Belagerungswaffen. Aber das kriegt man relativ leicht gelöst, weil man die mit Ulti-Ganer-Geschützten richtig gut abgewärmt bekommt. Das ist so, dass wir im nächsten Strukturi-Bau haben. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Unterstützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. IFV erwartet Befehle. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. IFV erwartet Befehle. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Transpektor einsatzbereit. Ausbildung. Unzureichende Mittel. IFV erwartet Befehle. Wo brennt? Gehen wir hallo sagen. Dann wollen wir mal. Wird gebaut angegriffen. Auf ihn. Rätsel. Wurste okay. Volle Kraft voraus. Puste die Noten. Wir fahren los, okay? Ich erledige ihn. Kult abgeschlossen. Neue Bauoption. Reparatur läuft. Wir fahren los, okay? Volle Kraft voraus. Taktischer Einhaler. Wir sind gestritten gegen Gebäude. Kampf bereit. Peacekeeper bereit. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? 10-4, Sir. Unzureichende Mittel. ARP erwartet Befehle. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Nichts gebraucht. Ich bin zu allem bereit. Ich habe ein Unterhaltproblem. Also los ist. Volle Kraft voraus. So gut wie erledigt. Feuer frei. Wir fahren los, okay? Peacekeeper bereit zu raus. Jevelin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Wie ich in der Mission am ehesten vorgehe, dass ich am Ende gewinne. Aber... Ich bin dabei. Angriff! Dann wollen wir mal, wo ist das Problem? Alles klar, auf Sie! Ich habe Sie aber ruhig gelegt! Okay! Wo ist das Problem? Bin auf MV! Wo ist das Problem? Schöner Tag heute! Unzureichender Rettung! ISP erwartet, ein Flugzeug! Hallo, Sir! Eine Einheit wird angegriffen! Bin schon unterwegs! Schlag Sie zurück, Schlag Sie zurück! Bereit! Hey Mann, wie geht's? Wir fahren los, okay? Unzureichender Rettung! ISP erwartet, Befehl in Frieden! Roger and out! Taktische Einheit! Umgebung sicher! Ihre Befehle? Javelin einsatzbereit! Kein Problem! Javelin einsatzbereit! Roger and out! ISP erwartet, Befehle! Roger and out! Javelin einsatzbereit! ISP bereit! Jawohl! Sofort! Unzureichender Rettung! Ihre Befehle! Wir regeln das! ISP erwartet, Befehle! Allzeit bereit! Unterwegs! Roger and out! Ich höre, Sir! Kinderspiel! Gaudium-Kantzer einsatzbereit! Unzureichender Rettung! Gaudium-Kantzer einsatzbereit! Unzureichender Rettung! Gautium-Kantzer einsatzbereit! Das ist ja der Kante! Einheit verloren! Bau abgeschlossen! Unzureichender Rettung! Eine Einheit wird angeküssigt! ... Auf Wiedersehen. Er hat gebaut. Unzüge ist in Ordnung. Ich bin ganz froh. Und Schuss. Kein Problem. Auf Sieh! Nicht daran, Jungs! Also los Jungs, sind unterwegs da. Gentlemen, fahren wir los. Die Reugen ist nicht anders. Verdammt, was soll das? Wir sind unterwegs. Recherich sind unterwegs. Wir müssen Sie stoppen. Vorsichtig. Wir haben Sie nicht drauf. Die Zone gehört mir. Na los, na los. Also los Jungs. Gentlemen, haben wir los. Positiv sagt. Macht Sie alle, Jungs! Sagt Ihnen keine Pause! Wo bleibt die Verstärkung? Ich hab ihn. Wer ist der Nächste? So, jetzt ist die Bedrohungsanzeige von jetzt könnte ich einen Börderwerb auslösen. Eine Einheit wird angegriffen. Jetzt kommt es. Unterbruch abgebrochen. Jetzt kommt es. Ich würde das Ganze jetzt aber mal als mittelmäßigen Erfolg werden in diesen Angriff. Gut, ich hab das alles ein bisschen mehr von näher. Werden die Juten daran gehindert mich anzugreifen? Der Bedrohungsanzeige ist nicht mehr voll, der Borella-Blammer ist weg. Jetzt wird es ein bisschen dauern, bis sie ihre nächsten Mercerbikes gegen mich schafft haben. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Das ist jetzt noch einmal. Wird gebaut. Hier bleibt ein Zerstörer zu bauen. Geput. Lass die Jäte mit den Angriffen. Ihr werdet den Angriffen. Zu установieren. Ich bin jetzt ein bisschen mehr von Angriffen. Ich bin jetzt ein bisschen mehr von Angriffen. Ich habe noch was. Dann um die Angriffen. Ich bin dann ein bisschen mehr von Angriffen. Ich bin dann ein bisschen mehr von Angriffen. Und wir hören. Ich bin dann ein bisschen mehr von Angriffen. Aber dann um die Angriffen. Was ist denn an der Seite? Oh, oh, oh. Ich bin ja super an. Ich glaube, dass ich jetzt hier mal schreibe. ISV erwartet Befehle. Bin auf Erfangen. Kampfbereit. ISV erwartet Befehle. Status bericht. Ruf zu heißen der Motto. Ihre Befehle. Wunderwitz. Zerstörung ist eingeladen. Vor dem Stapel. Alle mal hier raus. Geschützt schlafen. Können wir irgendwie helfen, Sir? Guardian-Panzer erwartet Befehle. Ist gar nicht. Also los, Jungs. Wie läuft denn Ihr beschehen? Ich hab den Bus gehört. Kein Problem. Starboard. Wunderwitz. Einsatzbereit. Unterwegs. C4, Sir. Unzureichung der Hätte. Heiler und der Waffe bestellen. Waffnacht Befehle. Jetzt wird's nass mehr laufen. Der Waffe bestellen. Einsatzbereit. Waffnacht Befehle. Unzureichende Mittel. Klappbombe bereit. Auf der Weg, eine Drücke bereit. Position wählen. Klappbombe wählen. Unzureichende Mittel. Wir sind zu schön pumpenbar. Ich liebe Bereit für Transport. Was sollen wir tun, Commander? Unser Status? Bleibt wachsam. Unser Status? Was sagt das Radar? Zerstörer ist einsatzbereit. Wir regeln das. Eine Einschätzung angegriffen. Unschätzt. Parteipillionenordnung klar. Und feuern! Nicht nachlassen, Jungs! Wir müssen sie stoppen. Wer ist der nächste? Einer weniger. So, ich bleib' das in der Zeit. Und dann, wenn wir die Ballen gehen. So, ich bin ein bisschen spätbar ausfallen. Ich krieg' euch alle! Sie geben einfach nicht auf. Ich hätte geahnt, dass ein Bombardement mit Schrott sie nicht weiter stört. Tja, soviel dazu. In 6 Minuten würde ich die Mission nun auch machen, sobald ich mal Lufteinheiten habe.